Moin Freude, heute zeige ich euch wieder einen kleinen Bug, den ich auf Reddit gefunden habe. Denn momentan seid ihr in der Lage, mit Caitlyn global eure Headshots zu verteilen. Das geht ganz einfach, indem ihr erstmal irgendwo eine Falle setzt. Wenn dort nun ein Feind reinläuft, macht ihr Rechtsklick auf ihn, benutzt schnell Leertaste oder Z, oder was auch immer ihr benutzt, um die Kamera zurück zu eurem Champion zu kommen, und benutzt dann euren E-Spell. Das war's. Auf einmal fliegt ein Headshot quer über die Map zu eurem Ziel. Denkt dran, dass es sich wieder mal in einem Bug Abuse handelt, also nicht in Normals oder Rankeds testen. Ansonsten war's das von mir, ich bin raus, bis zum nächsten Mal.